Liebe bedeutet nicht, jemanden zu besitzen, sondern seinen einzigartigen Geist zu schätzen. Wahres Glück findet man nicht in äußeren Umständen, sondern in sich selbst. Gesundheit ist ein kostbares Geschenk, das man pflegen sollte, indem man sich um Geist, Körper und Seele kümmert. Ein friedlicher Geist führt zu einem friedvollen Leben, kultiviere innere Ruhe und Gelassenheit. Der Schlüssel zu einer dauerhaften Liebe ist, sich selbst zu lieben und zu akzeptieren. Glück ist kein Ziel, sondern eine Reise, die Dankbarkeit und Zufriedenheit erfordert. Ein gesunder Lebensstil ist keine Opfergabe, sondern eine kluge Investition in sich selbst. Der Weg zum inneren Frieden ist gepflastert mit Vergebung, Mitgefühl und Verständnis. Liebe ist ein Verb, sie erfordert konstante Anstrengung und Handlung, um aufrechtzuerhalten und zu wachsen. Wahres Glück kommt von Geben und Dienen an anderen, nicht nur vom Anhäufen von Reichtum oder Besitztümern. Geben und Dienen an anderen, nicht nur vom Anhäufen von Reichtum oder Besitztümern. Vielen Dank.